So, Baby Paul ist bereit, Ivi ist bereit, sag mal hallo. Hallo. So, Auto ist auch bereit und ich bin auch bereit, denn was haben wir vor, Schatze? Ja, wir starten unsere große Reise. Genau, also für uns geht es jetzt los, wir starten eine drei monatliche Camperreise. Das heißt, der Bus wurde komplett ausgebaut, wir sind fertig geworden, noch auf den letzten Drücker. Und wir bereisen jetzt ganz viele Länder, sag mal so grob. Ja, also erstmal nach Schottland, über Irland, vielleicht wieder in den Süden, am besten noch über Afrika, Italien. Mal gucken, wo es uns hintreibt. Und dazu kommen wir aber noch zu dem Ganzen. Ja, und wir fahren jetzt gleich los, jetzt zeigen wir mal ganz schnell den Bus, wie wir den beladen haben. Und ihr steigt schon mal ein. Ja. Also die zwei können schon mal einsteigen. So, jetzt zeige ich mal ganz kurz hier vom Auto. Das ist auch schon fertig geworden. Dazu kommen wir noch. Und wir haben hier noch alles voll gemacht. Wir haben oben die Dachbox voll gemacht. Also ihr seht schon, wir sind gut vorbereitet. Baby Paul wird eingeladen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich auf der Straße wieder. Also wir haben jetzt Deutschland verlassen und sind jetzt dort in Frankreich und das heißt, die nächsten drei Monate werden wir, wenn es gut läuft, Deutschland nicht mehr sehen. Ja. Genau, also es ist warm. Wir sind jetzt im Hochsommer gestartet. Wir haben gerade 25 Grad und sind jetzt in Frankreich. Und hier werden wir auch die erste Pause und die erste Übernachtung machen. Und jetzt, genau, reiche ich euch mal hier weiter. Hallo, hallo. Baby Paul. Ja, Baby Paul ist ganz gut rauf wieder. Wir hatten schon einen schwierigen Start heute, weil Lautufbahn ist ja jetzt manchmal cool. Deswegen machen wir heute nicht so eine ganz zweite Strecke, wie ursprünglich mal gedacht, aber es ist voll egal, weil wir sind absolut flexibel. Wir müssen nirgendwo, irgendwann zu ihnen sein. Und das ist das Schöne. Also dann bist du gleich auf dem Campingplatz. Ja. Und da sind wir schon auf dem ersten Campingplatz. Wir haben einen schönen erwischt. Ja, da vorne ist ein kleiner See. Und jetzt gab es gerade Essen, beziehungsweise nur für Baby Paul. Ja, und die Evi macht hier gerade für uns noch Sandwiches. Die werden gleich vernichtet. Ja, und wir sind jetzt hier nur so als kleine Zwischenstation. Denn wir wollen nämlich noch weiter. Deswegen werden wir hier heute nur übernachten. Und morgen werden wir schon in Belgien sein. Ja, genau. Aber Frankreich kennen wir schon. Da waren wir sehr oft. Deswegen Belgien durchfahren. Dann wahrscheinlich dort nochmal übernachten. Und dann geht es auch weiter nach Holland. Ja. Alles klar, Baby Paul. Ja, also dann melden wir uns. Wieder morgen. Genau, Baby Paul. Und wieder zurück auf der Straße. Und wir fahren gerade weiter auf den schönen französischen kleinen Straßen. Und Baby Paul schläft dort hinten seelenruhig. Ja, und wir genießen hier das schöne Wetter und fahren weiter. Und wir sind in Belgien. Zweiter Tag. Oder dritter. Ich weiß gar nicht mehr. Genau. Hallo, Baby Paul. Also, es regnet heute. Und wir haben... Hey! Ja, genau. Wir haben keine Lust jetzt hier auf Frühstücken im Regen. Also fahren wir gleich weiter. Aber jetzt zeigt man euch nochmal von dem Platz. Also, die zwei sind da drinnen. Runden sich noch ein bisschen aus. Und das ist hier der aktuelle Platz. Da war heute Morgen noch alles voll mit Wohnwegen. Aber die sind auch alle abgereist. Genau. Gell, Paul? Sag nur, wie es ist. Fahren wir weiter? Ja. Ja? Na gut. So, da hocken sie die zwei und wir sind gerade noch auf der Autobahn. Also, was haben wir jetzt da dann Kilometer gemacht bis jetzt? Ich weiß gar nicht, was war das denn? Ich glaube, so rund knapp 1000 Kilometer vielleicht, wenn es hin kommt, haben wir gemacht. Das kann gut sein, gell? Ja. Wir sind schon zwei, drei Tage unterwegs. Und ja, jetzt zeige ich euch nochmal schnell das Gepäck, damit ihr das auch mal seht. So, aber nicht wegfahren, ja? Also, wir haben hier ja nochmal extra was mitgenommen. Habe ich schon mal angekündigt. Also, wir haben uns hier noch so eine extra Box hin gemacht, damit wir noch mehr Stauraum haben. Und wir haben hier auch noch unsere Scooter dabei, dass wir nachher auch mobil sind. Und genau, wenn wir dann angekommen sind, ja, dann zeigen wir auch noch das Ganze. Dann bauen wir auch mal den Camper richtig auf und alles. Und ja, also bis jetzt ist es ja mehr nur die Anfahrt, dass wir ankommen. Weil wir wollen dann in Holland so richtig, ja, durchstarten und auch ein paar Tage bleiben. Ja, und bis jetzt haben wir eher nur so Anfahrt gemacht. Und ja, und immer so eine Übernachtung gemacht. Und genau, also wenn wir dann in Holland sind, dann möchten wir auch ein paar Tage bleiben. Und dann uns ein bisschen in Holland angucken, ja? Ja, das wäre schön. Genau, also, und wer noch mag, der folgt uns gerne auf Instagram unter Live of Vivian Drop. Ja, und ich würde zeigen, das war es erstmal mit der Anfahrt. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn wir dann in Holland sind. Mit dem Urlaub. Mit dem Urlaub. Also gut, bis dahin, ciao. Ciao.